Hallöchen! Wir spielen weiter die Demo von Monster Harvest. Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind genau an der Stelle, wo wir vor zwei Tagen aufgehört haben und machen jetzt weiter und erkunden Pflanzheim mal weiter. Wenn du die Dungeons erkunden willst... Ah, haben die das Herz, weil die ist eine potenzielle Heiratskandidatin oder ein Kandidat... ...sind, ist... Ich möchte nicht vergleichen, aber vielleicht wisst ihr, auf was ich hinaus wollte. Wenn du die Dungeons erkunden willst, solltest du dich auf ein paar echt harte Kämpfe vorbereiten, denn man weiß nie, welche Kreaturen man dort begegnet. Welchen Kreaturen? Ich nehme immer meine Pflanztiere mit, wenn ich auf Erkundungstour gehe. Thorn, Thorn, willkommen beim Schleimer. Willkommen beim Schleimer. Schade, dass ich ihn nicht heiraten kann, den Schleimer. Wir sind der freundlichste Laden in ganz Pflanzheim, verstehst du? Ahaha! Ich heiße Thorn und ich schmeiße den Laden hier zusammen mit meinem Freund Spike. Er ist nicht gerade gesprächig, aber ich rede genug für uns beide zusammen. Haha! Wenn du Vorräte für Nutztiere brauchst, sind wir genau die richtige Anlaufstelle. Ich kann außerdem deine Werkzeuge verbessern. Für Werkzeugverbesserungen brauchst du Geld und Mineralien. Mineralien findest du im Dungeon nördlich der Stadt, aber sehr vorsichtig da drin. Du kannst tagsüber jederzeit vorbeikommen, wenn wir offen haben. Wir helfen dir gerne. Hey, du Schleimer! Ich würde ja... Sollen wir das investieren? Ja, wir investieren das jetzt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns die Demo noch lässt. Äh, du hast Rotschleim mit dieser weitverbreitete Schleim. Verwandle deine Feldfrüchte in Pflanztiere, wenn du ihn direkt auf die Pflanze anwendest. So, das ist der Laden. Da waren wir noch nicht drin, ne? Da habe ich, glaube ich, ausgelassen. Doch, da waren wir drin. Weiß nicht. Waren wir hier drin? Ja, waren wir. Da habe ich doch die Samen gekauft. Übrigens, mehr kann ich gar nicht kaufen, weil ich habe nicht mehr Platz. Marmerweiterung. Verkaufe alle Items in Sammlung regionaler Lebensmittel. Ach so! Das ist... Ne Zitrone. Sanapfel, Blasfrucht, Honigchili, Zitrone, Mondmelone. Mondmelone, kann ich das abgeben? Wie gebe ich das ab? Oder muss ich das alles beisammen haben, um das zusammen hier reinzuschmeißen? Oder... Muss ich das... Verkaufen? Am Brett. Weiß nicht. In die Dungeons kommen wir ja, glaube ich, nicht. Das würde mich wundern. Oh, das ist Spike. Den möchte ich heiraten. Hallo Kupfi, du konntest gar nicht abwarten, mehr über meine Forschung zu erfahren. Wie? Ich habe im Dungeon nördlich der Stadt einen magischen Schleim entdeckt. Nein, ich habe keinen Platz, um das mitzunehmen. Schleime gibt es in verschiedenen Farben und sie haben mysteriöse Eigenschaften. Ich habe einige Experimente durchgeführt und herausgefunden, dass Feldfrüchte sich verwandeln, wenn man sie mit Rotschleim behandelt. Die Pflanze verwandelt sich in etwas, das ich als Pflanztier bezeichne. Sie schützen die Person, die sie erschaffen hat, mit allen Mitteln und verfolgen sie sogar. Die Stadtbewohner finden schon alle möglichen Verwendungsmöglichkeiten für Schleim. Manche nutzen ihn sogar, um ihre Häuser mit Strom zu versorgen. Ah, das sind die Pipelines da draußen. Vielleicht sind dir ein paar merkwürdige Rohre in der Stadt aufgefallen. Die Slime Co. Pumpwerke sind sogar in die Stadt gekommen. Ich weiß allerdings nicht genau, was sie wollen. Die sind nämlich ziemlich geheimniskrämerisch. Die Dungeons sind zur Zeit geschlossen, aber ich habe Rotschleim für dich gesammelt. Behandle einfach eine Feldfrucht oder einen Samen damit und die Pflanze wird sich in ein Pflanztier verwandeln. Vergiss aber nicht, sie zu gießen. Sie sind wirklich ein fantastischer Anblick. Vielleicht hast du bemerkt, dass ich schon einige Pflanztierställe auf deiner Farm gebaut habe. Die Ställe können zur Unterbringung deiner Pflanztiere verwendet werden. Pflanztiere scheinen neidisch aufeinander zu sein, also solltest du nur je eines von einer Art haben. Nimm diesen Rotschleim und probiere es aus. Muss ich mir ja noch merken, was für Tiere ich schon geschleimt habe. Achso, die Dungeons sind geschlossen, hat er gesagt. Dann gehen wir jetzt zurück, pflanzen noch die zwei Samen an, die ich gekauft habe. Und verkaufen diesen Mondstein. Und dann gucken wir mal morgen, ob das in der Sammlung dann oben da ist. Jetzt hier runter. Ich mache erst mal den nochmal hier rein. So, da ist Rotschleim drauf. Die sind, die verwandeln sich. Ich hätte gerne genug Holz, um eine Truhe zu bauen. Aber da muss ich ja irgendwie im Level aufsteigen, ne? Damit ich Rezepte freischalte. Was passiert, wenn meine Ausdauer aufgebraucht ist? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Deine Ausdauer ist ja ausgeladen. Geh ins Bett. Okay, ich bin aber nicht langsamer oder so. Okay, wir gehen ins Bett. 40 Geld. Mondmelone. Oh, es regnet. Wir müssen nicht gießen. Oh, guckt mal. Dann können wir ja direkt mal gucken gehen, ob wir jetzt die Mondmelone in der Sammlung da oben drin haben. Ist übrigens eine neue Mondmelone. Hallo Kupfi, ich bin schon lange hier und habe versucht, verschiedene Items für meine Forschung zu sammeln. Könntest du mir dabei helfen? Du hast Zeit. Klasse. Ich habe im Zentrum der Stadt ein Brett mit den Items aufgestellt, die ich sammeln muss. Wenn du es schaffst, ein Set zu vervollständigen, belohne ich dich mit speziellen Verbesserungen für die Farm. Diese Verbesserung bekommst du nirgendwo anders. Einige der Items, die ich brauche, sind nur zu einer bestimmten Jahreszeit erhältlich. Es kann also lange dauern, bis du alles gesammelt hast. Aber ich verspreche, dass es sich lohnt. Captain Ash. Mit dieser Ausrüstung willst du auf Erkundungstour gehen? Ich glaube, da brauchst du schon was Besseres. Oder zumindest ein paar Pflanztiere, die dich beschützen. Ja, ich bin neu. Okay. Also wir müssen die Mondmelone verkaufen. Und dann kommt das hier rein. Dann können wir die Küsschenblume und die Nachtviole auch verkaufen. Ich würde das mal eher gewusst. Ist denn jetzt der Saloon zufälligerweise offen? Nee. Hatten wir dich schon? Misty. Das Lokal ist ein toller Ort, um sich nach einem harten Arbeitstag zu entspannen. Außerdem verkauft Ash sogar nachts. Du musst unbedingt mal seine selbstgemachte Marmelade probieren. Die ist einfach köstlich. Okay, vielleicht sollten wir uns das nächste Mal nur bis zum Abend ausruhen und in den Saloon gehen. Aber dann gehen wir jetzt noch ein bisschen Farmarbeit leisten. Joy. So, hallo, achten bitte immer auf deine Ausdauer. Ich habe schon Leute gesehen, die es so verausgabt haben, dass sie einfach zusammengeklappt sind. Danke. Ja, dann gucken wir mal, ob hier noch irgendeine Pflanze ist. Die hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Oh, was ist das hier? Ist das... Oh, nicht Chili. Die kann ich auch verkaufen. Die brauchen wir auch für die Sammlung. Ich schmeiße dich mal direkt hier ans Polett. Aber nur eins von den Pflanzen. Vielleicht kann ich die noch gebrauchen sonst. Ähm... Wird gern den Busch hier wegmachen. Was sehe ich denn? Irgendwo, wie weit mein Level ist. Nee, ne? Okay, wir kriegen so ein Tier, weil ich habe einmal die Mutartoffel. Ich weiß nicht, was waren das denn für Samen, was uns unser Onkel gegeben hat. Also so eins müssten wir rausbekommen. So ein Pflanztier. Auf jeden Fall. Und das hier sehe ich nicht mehr, was das ist. Schade. Schade. Man sieht das hier ein bisschen schlecht, was hier gebrochen ist. Oh! Ja! Ich habe endlich die Truhe gelernt. Genau das wollte ich. Dann möchte ich eine Truhe haben. Kann ich hier nicht hinstellen? Ja! Kann ich... Okay, da. Also, Shift ist schnell klick. So. Die Truhe wollte ich wenigstens haben. Das ist jetzt gerade nicht so spannend, ne? Ich räume hier einfach nur ein bisschen auf. Weil ich möchte warten, weil ich möchte warten, bis abends ist. Weil so richtig klar zeigt es mir jetzt die Uhrzeit nicht an. Und wenn es regnet, ist es ja eh dunkel. Also, oder übersehe ich das? Oder übersehe ich das? Also, wenn ihr irgendwo seht, wo ich gerade die Uhrzeit erahnen kann, dann verraten Sie bitte. Ausdauer ist gleich runter, dann lege ich mich ins Bett bis zum Abend. Und dann gehen wir in den Saloon. Und wir bümsen. Mehrere sogar. Eigentlich müsste ich hier die Bäume auch alle wegmachen, damit ich gerade durchlaufen kann. Halbwegs gerade. Oh, es sieht aber auch schon schön aus hier bei NAV. Hey, was los? Ich gehe selten ohne Spike nachts auf die Straße. Er passt immer auf mich auf. Was immer habe ich gerade dazu gedichtet. Was ist das? Ein neuer Kunde? Willkommen im Lokal, dem perfekten Ort, um sich abends zu entspannen und abzuschalten. Alle hier nennen mich den Kapitän, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht warum. Ich verkaufe hauptsächlich Getränke, aber ich habe auch verschiedenste Kleinigkeiten. Ich habe sogar ein paar Möbel. Also sieh dir an, während du dich mit einem Getränk entspannst. Huch, plötzlich sind seine da. Vex. Sei nachts vorsichtig. Man weiß nie, wem oder was man begegnen könnte. Das klingt wie eine Drohung, Vex. Cassidy, ich arbeite nur tagsüber und du kannst Gegenstände zum Versandbrett bringen und ich kaufe sie dir ab, bevor du am nächsten Morgen wach wirst. Oh Spike. Ein kandierter Dornenapfel. Krabbentier Benedikt. Eine Topfpflanze. Ich habe kein Geld. Aber es ist gut zu wissen. Okay. Wir waren im Salon. Ich gehe noch drei Holzstämme kaputt machen und dann legen wir uns hin und schlafen bis morgen. Ja, wo geht's? Ach, hier. Das Zeug hatte ich jetzt hier. Ja. Das ist dran. So. Wir haben 80 Geld. Es regnet immer noch. Das heißt, wir müssen wieder nicht gießen. Das ist richtig gut. Oh, guck mal. Aber dann können wir jetzt auch nichts weitermachen als Farmarbeiter. und dann würde ich den Tag jetzt, ich würde gucken, dass ich meine Ausdauer recht schnell alle bekomme. dass wir den nächsten Tag starten können. Aber man kommt gut an Holz und Stein erstmal mit der Farm. Und ich hoffe, man kann irgendwann... Aber wisst ihr? Ich vergleiche. Ich weiß. Wir bekommen keine Baumsamen, wenn wir die Bäume fällen. Da haben wir die in dem anderen Spiel, wenn wir keinen Namen, erst bekommen, als wir die Axt verbessert hatten. Weil ich kann aktuell ja quasi keine neuen Bäume hier pflanzen. Äh... Oh! Wir können einen Zaun herstellen. Um wieder Holz farmen zu können auf meiner Farm. Ja, vielleicht kommt das noch. Oder brauchen wir dafür irgendeine Gerätschaft? Ich weiß es nicht mehr. Das ist... Ah, das ist Holz. Ich würde auch mit der Zeit dann mehrere Truhen bauen und die ein bisschen je nach Inhalt aufteilen. Also eine Essenstruhe, eine Mineralientruhe, eine Rohstofftruhe... Aber so viele Sachen haben wir jetzt ja noch nicht, dass sich mehrere Truhen wohnen würden. Und ich hätte trotzdem auch gerne eine Sense. Ich würde hier gerne... ... die Büsche und so wegmachen. So, dann gehen wir direkt wieder ins Bett. Ende des Tages. Yay! Aber wisst ihr, was ich überlege? Ich mache an dieser Stelle für diese Folge von der Demo Schluss. Und wir sehen uns... Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, nächste Woche... Ist heute Freitag. Ich glaube, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ähm... Schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Ich werde noch eine dritte Folge von Monster Harvest aufnehmen. Und dann gucken wir mal, was so alles passiert. Eventuell bekommen wir ja demnächst Nachwuchs. Also... Bis dahin. Danke fürs Zuschauen und habt noch einen tollen Tag. Adieu! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Falls